Felix Reichert aus Zofrasch und Lame Deut aus Achtung, den guten Tag zu Anhalt. Katrin Schröder aus Italo, helft ihr mit uns an Katrin Schröder. Mike Felix aus Stuttgart im Ziel und Hüto Krösch aus Rehlad in den Fall im Ziel. Ulrike Wagner gleich im Ziel, gefolgt von der nächsten Frau hier, die wieder ganz stark vertreten sind. Das ist Susanne Hahn aus Gansko. Stuttgart ist gleich dabei, lebt er beim Gansko ein. Klaus Binder im Ziel, Henry Gerd aus Stuttgart in Pörden. Henry Gerd, die nächste haben wir nicht drauf gehört, starten wir nicht zu sehen, bis heute weiter geht's. Fünter Wolf aus Sandorf im Ziel. Anja Rippe, wieder eine Frau hier im Ziel. Wir haben in Rot und haben unsere Wüsche gesprungen, so eine Frau mit in Rot und Hose. Wir haben keinen Platz von mir im Ziel. Frank Giese aus Strambrot und ein Gerdin hier. Königin Opa hier, das Adul Stein von der 20. Zähne. Lothar Köhler aus Stuttgart, wir grüßen Sachsen, wir grüßen Lisa Seifert aus Tahle, Sachsen-Anhalt. Und wir grüßen Frank Bremke aus Konstrade. Ein Ruf steht an Steffen Schwarz aus Stuttgart, hier Sachsen. Helmut Kohl aus Banstow und Tim Meigel ist gleich im Ziel, ist ein Euker-Polkarz in Dettlauch aus Neustadt-Egel. Und der nächste ist hier, die nächste ist hinter Konrad. Dann kommt Thorsten, den hatten wir schon, weil er geht's. Da ist es geschnitten, da ist es Harry, da lasst er aus dem Fühl, es ist geschlagen auf Statt. Roland Schiegel aus Gelie, dann Wolf Polkert aus Lambo, eine Kliege ist natürlich nicht genannt. Jan Kessmann aus Kreis, als Stadt Hüringin. Jakob Eglert aus Stuttgart, 9 Jahre alt. Jürgen Kass aus Stahlenburg. Mike Schneider aus Stuttgart, das 25. Mal dabei. Kenneth Schüttler aus Stuttgart, 14 Mal dabei. Ferien, dann Zink und Paul aus Stuttgart, die Liss Traunitz. Wenn sie die beiden zusammenrollen, eine Kliege ist noch der Liss Traunitz. Das 18. Mal dabei. Die nächste ist Frau Rehkampitzel, der hochte Tritt-Helder im Ziel. Wilke Ackerfuhl aus Stuttgart. Arjan Kiburtzius aus Münchenhagen in Stuttgart. Ich begrüße Katharina Schmidt aus Kalkur, die Grüße in Baden-Württemberg. Er ist Jürgen Sachse, der Jürgen Kelleck-Scheinfeld. Benni Rubner im Ziel. Lukas Kacuccio im Ziel. Wilke Ahrmd aus Stuttgart, 8 Jahre im Ziel. Und der nächste, der Zürcher, das gefällt, ist Thorsten Erke, bei seinen dritten Szenen hier. Der nächste Läufer, Uwe Foltermann aus Wittenburg, auch beim dritten Szenen. Erhard Busel aus Wittenburg, am 13. hier dabei. Wolfgang Schmidt bei der zweiten Szenen. Sascha Grieser aus Stuttgart und die Grüße in Ostsee. Wir haben ein kleiner Läufer jetzt. Ich bin zwei Jahre alt, das ist Miguel Hase. Und die nächste Läuferin, der hier gibt es ja auch im Ziel kommen. Das ist eine Frage aus Klappe, bei ihrem Achterlauf. Und eine Hublisch aus Neustag-Hubel, 10. Zehnerjahre. Niklas Hesse aus Stuttgart, 3. Mal dabei. Norbert Patihafte aus Ziedlitz. Eckbeck, Gorda im Ziel. Thomas Dacke im Ziel. Johanna Fernfeder im Ziel. Alko Podelkink im Ziel. Kirstin Hase sind Niki Garo im Ziel. Kirstin Hase, Kirstin Stuttgart. Robika Sint aus Ralföhring. Jujel Köhme aus Zelle. So, Klautsch mit Ticke im Ziel. Ja, da ist was was umtausiert. Ja, da geht's Johanna nach Palfeder im Ziel. Und das heute Palfier, das ist Rene Grimm aus Baderstegel. Nisbina Hömke im Ziel. Fassel Volker aus Kabelin. Volker Dietz im Ziel. Ella, Erina, Eckebom, Kreese aus St. Ramburg im Ziel. Simone Möller, Gerode, Sachsen-Anhalt. Peter Kirsch aus Gessau, jedenfalls Sachsen-Anhalt. Ja, das sind jetzt so viele Leute. Astrid Gessler aus Wismar. Sven Fischer aus Schönkirche in Schleswig-Holstein. Alexander Kling aus Schwerin im Ziel. Ronny Schneider aus Seelital. Wieder Sachsen. Zickbert Marente aus Hagenau. Stefan Nebeck aus Wismar. Jörg Grun aus Schwerin. Raine Langheim. Und wir warten auf die 15er. Aber das dauert noch ein bisschen. Torben Rosenow aus Gessau. Kramutage in Lachim Eichbaum im Ziel. Hendrik Rasche aus Neubrandenburg. Wir müssen nicht die Vortestadt. Peter Loami aus Großrasch. Schwerin beträgt hier im Ziel. Jörg Schnitte für viele Leute, die jetzt hier alle nicht mehr nennen können, weil das geschlagen auf Schlacht geht. Beifall für alle hier. Aber wieder Wartig aus Rostock. Matthias Volker ist im Ziel. Tränke Güthel aus Gudeburg. Die Ersatzin. Mit Lüthel-Groll. Bertol Lübke aus Lützow. Heike Düring im Ziel beim Siebchenlauf. Rainer Lübke aus Schleswig-Holstein. Jörg Maschet aus Greifalz. Und dann geht es hier rein ab. Werner, folgte Zähne hier. Reif Kräger aus Petto. Thomas Meinig aus Schrein. Heike Holt Pateto im Ziel. Hubertus Vogt im Ziel. Klaus Warte aus Söneshagen. Den Baumbach aus Nachdenburg. Schöpfel vor, aus Söneshagen. Klaus Warte aus Söneshagen. Warte aus Söneshagen. Klaus Warte aus Söneshagen. Warten, 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 es geht nicht. 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 Warten, warten, es geht nicht.